Und wir haben es geschafft. Wir sind nur in etwa 40 Minuten zu spät losgekommen. Auf den Tachometer stehen 468 Kilometer bis Amsterdam. Und vor uns ist der Rest der Pleasures. Die Kreatur muss sterben! Mochi, mochi schlubber die Schwanchen. Schlubber die Schwanchen? Ich bin hier auch gefahren, wir sind hier in Holland. Moin, wir sind jetzt hier angekommen. Also Scheiße, das Wetter ist Scheiße, die Leute sind Scheiße und alles ist Scheiße. Mein ganzes Leben ist auch Scheiße. Schnauze-Danzet. Drei, ich bin hier auch drauf dran. Minimal ist das Bl bleibt. Blitzen, 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 Blitzen! Mein ganzes Leben ist doch kein Problem. Lungen und Schönen, Blitzen, 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 Gnade, Blitzen und Blitzen. Okay, was ich will sagen ist, von was ich jetzt habe gesehen... Das war echt total... Ja, und wie sind wir alle? Das war... Ja, nicht normal. Das war ein Kick-Ach-Show. Ja, Respekt. Kirsten Welby. Wir sind in St. Damm, close to Amsterdam. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo? Ich dachte, wo sind wir. Disco wird. Any plans für heute? Was haben wir heute? Vielleicht ein Jumbo-Fobridge oder so? Oh, sorry. Gnarly. 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 The pleasures, a private view. Gnarly. 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 Ich verstehe jetzt nicht. In Holland ist alles erlaubt. Drogen nehmen, Vergewaltigung, Rauchen, überall. Aber Rocken, Rocken ist verboten. Besonders auf dem Klo ist Rocken einfach verboten. Leave möchte in einen Coffeeshop gehen, um einen Kaffee zu trinken. Ich glaube, wenn er reingeht und einen Kaffee bestellt, lachen die ihn aus. Es sind überall Farben. Wir sind jetzt gerade in Amsterdam angekommen und überall sind Farben. Also es scheint schon zu wirken. Diese Stadt ist gigantisch. Wir haben den beschissenen Weg genommen, wir sind nämlich durch Belgien gefahren. Super geil. Wir sind durch Belgien gefahren? Wir sind durch Belgien gefahren. Einmal quasi aus Holland raus, durch den Schlenker durch Belgien. Dann haben wir auch noch eine Straße gesperrt auf dem Weg hierhin. Das heißt, wir haben den Umweg über Feld und Wald genommen und sind durch quasi betonierte Weltwege hierher gefahren. Was sehr schön ist, war noch eine schöne große Aufbau der Straße hierher geführt, aber die haben wir natürlich leider nicht genommen. Toll. Hallo. Hey, Leute am Hause. Ich habe gerade mein Make-up gemacht und ich bin so glücklich mit dem. Und wenn wir noch einen Pool machen wollen, können wir auch noch mehr Geld verdienen. Und dann haben wir noch eine kleine Nachricht gekauft haben. Und dann haben wir uns die Chance gemacht. Das ist jetzt gerade meine Aufgabe, mal dafür zu sorgen, dass sie langsam einfach wach werden. Das Disco ist Reisetag. Wir müssen weiterfahren. Heute geht es nach Tilfuckingburg. So, wir haben jetzt einen Tag Pause auf der Tour. Wir haben ausgedacht, wir nehmen mal kurz den Flieger nach Sylt. Einfach ein bisschen Energie tanken zwischen den Shows. Und ja, jetzt gehen wir hier gerade die Düne hoch. Ja, die Spinnen, die Holländer, die machen hier statt im Strandkorb zu sitzen, guck halt mal selber. Holländer beim Einparken. Das hat mich immer Vorteil, diesen kostenlosen Parkplatz zu suchen. Ja, guck mal. Genau, wir haben gerade Info bekommen, wie das hier passiert ist. Und zwar war es so, dass vor ungefähr zwei Jahren hier ein Jeep versucht hat einzuparken am Strand und sich festgefahren hat. Und dann ein anderer Jeep kam, um zu helfen. Der hat dann seine Freunde gerufen, ja? Genau, und der ist dann auch stecken geblieben. Und jetzt endet es halt daran. Dass es immer mehr werden. Und die Prognose ist, dass in ungefähr 17 Jahren alle Jeeps der Niederlande, ungefähr 50 Jahren alle Jeeps Europa und in 98 Jahren, wenn die Welt dann noch existiert, alle Jeeps der Welt hier an diesem Strand versuchen werden, sich gegenseitig auszuziehen. Disco, wo sind wir? Wir sind fucking lost. Wir sind in der Nordsee. Ja. So, dear Camara, was wir jetzt hören werden, ist ein brand-newes Song in the making für den neuen Pleasures-Rekord. Ja, hammermäßig, echt. Der ist geil, der Moskrad. Yeah. Schmeckt besser auch? Schmeckt nach Hit. Was? Ich bin ja auch im Leben. Wie ist das? Ich bin ja auch in der Raum. Ich bin ja auch in der Raum, ich bin ja auch in der Raum. Mhm. Was ist das? Das war ein hartes Lüschchen. Mein Stift und eine Megel. Vielleicht können wir heute alle machen. Ja, das tut. Ein was? Space Age. Vertical Striven. Aber ich nehme grün und pink. Ich nehme Silber. Das wird nicht gefüllt. Hau ab! Ah, guten Morgen. Mr. Pedro. Guten Morgen, Mr. Z. So, I guess you're again naked under that dress, is that right? Under this dress? Under my jacket, you mean? No, under this dress. Everyone is naked under their dress. Hello, and hello, Kirsten! Our tour promoter, manager, manageress mom and hot bitch! And hot bitch! And the most fun part, I think, was the show on Osberg. Osberg, yeah, I think so too. We need one more shot of pleasures today. Yeah, one more shot of pleasures. You can have five, but you can have even more. Oh, it's your mom! I want more! Yeah, and I have a Déjà-vu. Not now, later. Yeah, I know. And what do you think of this? It's very brown in my bag. Yeah, me too. It's very brown in white. It's very brown in rosin. It's not very brown. It's very brown in white. It's very nice. It's not in England. It's very nice. It's very nice. A blind name.